Bienvenue en Suisse, genauer im Wattland. Wir sind am Genfer See und besuchen das Labo, das seit 2007 zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Nachdem wir schon ein paar Bilder direkt aus dem Weingebiet gemacht haben, fahren wir jetzt mit dem Schiff von Cuy nach Lüthri. Dieser Lede, das ist im Labo die wohl steilste Hanglage. Das ist im Labo. Das Wichtigste im Labo ist das, was hier im Glas drin ist und zwar ist das der Schossler. Das ist im Labo. Willkommen in Veuve, hier lebte Charlie Chaplin. Eine der wohl schönsten Plätze, um ein Glas Wein zu geniessen, ist Sint-Chevre auf dem Ledeck. Das war's aus dem Ledeck. Das ist im Labo am Genfer See. Tipps und Links gibt's wie immer im Blog unter www.reisen-lifestyle.ch Und wenn Sie keine Filme verpassen wollen, dann unbedingt den Kanal abonnieren. Dankeschön! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020